Boop! Dein Einsatz! Boop! Hallo! Kann ich jetzt! Was du kannst denn? Kann ich jetzt! Was? Boop! Okay, dann muss ich die Einleitung machen. BAM, wir sind live! Oh Mann, Mona wollte eigentlich... Oh nein, jetzt hat sie aufgelegt! Oh was zum Ooooooh... Seh schon, wenn sie das nächste mal reinkommt, dass sie hier reinkommt, macht sie einfach nur noch... Aaaaaaah! Ah, nein! Oh... Sie wollten eigentlich sagen, wir sind live BÄM! Nein, sie wollten sagen, wir sind drin. Ach stimmt, wir sind drin BÄM! Sie wollten sagen BÄM, wir sind drin. Irgendwie so. Also wir haben gesagt, wir spielen jetzt die ersten Stunden CS und die restlichen Stunden auch CS. Boah, es hat das noch gesplattet, damit der cooler ist. Damit es aussieht, dass wir mehr Spieler aus allen spielen. Genau. Komm lieber in Highlands Sieg, du Spass. Jetzt lass mich zuerst noch kurz einen Stream aufmachen. Boah, ich glaube, Mona schreibt mir was oder so. Oder sie schreibt hier was. Oh gut, nimm mich wieder auf! Okay, ich zieh sie wieder rein. Verdammt, das ist... AIM Tobi! Hör mal diese Frage, warum bin ich im Jail? Warum bist du wohl im Jail? Was ist das? BÄM! Das war jetzt schlecht, mach nochmal. BÄM! BÄM! BÄM, wir sind drin! Schon besser. BÄM! 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 Silvard, wo bist du? BÄM! 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 Wir sind drin! Ja doch! Hör mal mit! Du hast das geil! Ich wiederhole es ein paar mal, da zu ihm es ja überhört hat. Was? Was, wie hast du gesagt? Ist der IP? EU.HiveMC.com Danke, der C-Worte. Hescht's geschafft? EU.HiveMC.com Ja! Es geht nicht! Boah, Sirvan, EU.HiveMC. Ich bin schon lange da! Alter, du Spasschen! Geht so, heilen Sie. Was? Was, wie, was? Ich versteh nix. Ich hab keine Ahnung, was ich gesagt habe. Gang zu Heidensieg! Ja, ich bin ja schon da. Okay, das zweite von links. Auf der linken Seite oben. Siehst du, das ist gerade Waiting for Open Lobby. Ja. Da geh mal rein. Einfach rechtsklick gedrückt halten. Ich wünsch euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich leg auf. Dir auch, danke. Tschüss. Ciao. Silvan gedrückt halten. Halt durch! Ja, ich bin drauf. Ich bin drin. Ich bin drin, bam. Oh, Mona immer. Gesundheit! Aua. Aua, aim Tobi bitte. Ja, und der Grund? Ja, was wird's wohl von Grund sein? Jetzt muss ich mit dem nächsten Video das Spielchen durchspielen. Du hast gehackt, du hast ge-cheatet, du hast ge-ge-ge-keckt. Was hast du denn Schlimmes angestellt, was in einem Jail resultieren würde? Ja egal. Du hast gehack'et und jetzt bist du ge-ka-kt. Du bist gehackt, und jetzt bist du ge-ka-kt! Jaaaa. Das ist Rapping... Rapping Beste Rhyme ever Beste Rhyme auf die Welt Pick your block Silvon, nimm dir einen Block Wir spielen Pripyat Was war Pripyat schon? Egal, komm zum Wall Because I can Because you can Wir nehmen Leaves Weil Leaves immer toll sind Haben wir eigentlich schon neues Zeug? Ach, das war DER Shit Oh my god Ah, das war DER Shit Maul? Du weißt gar nicht, wovon ich spreche? Doch Ah, schrei ahnig Oh god Du bist ein Hacker und jetzt bist du gekeckt Das kann er Nein, du hast gehackt und jetzt bist du gekeckt Sowas Also das ist unser neuer Spruch Wenn einer hackt Du hast gehackt und jetzt bist du gekeckt Daaaamn Ah, das ist voll gut Die Leute werden erzittern, wenn sie das hören Und dann denkst du Oh nein, bitte nicht Bin ich gekeckt sein Oh Hier stehe ich voll gut Also, vielleicht Du bist in diesem V drin da, gell? Ja Schwiezes Blatt da unten? Lul Das da gerade am Wasser rumhüpft? Ja Lul Hallo Silvon Geh weg von mir Bitte nicht zu mir Und Mach's doch nicht wieder saufen Mach's alles kaputt Okay Ich bin ja schon weg Wo ist er verdiebt? Für immer Ich werde neben dem Strip sein Nie mehr So Eben Tobi hat keine Ahnung Ähm Vielleicht reicht's ja wenn ich ihm sag, dass es da gewisse Bücher gibt Im Spiel Ja Oder du sagst Du sagst Er hat gehackt Das ist der gehackt Alter, mein Charakter mit diesem Ding im Gesicht Also wenn ich mich selber anschaue, sieht das so richtig behindert aus Als ob ich so ne Tadeos Nase in noch überdimensionierter hätte Die einfach Meine Augen überragt schon so zur Hälfte Und dann sieht man so Mein Gott ey Oh Ich habe Ein Schwert bekommen Hä? Kann das Schwert jetzt unendlich viel schlagen? Ah ne, das war das vom Seeker Dass nicht unendlich viel schlagen kann Bücher? Fragezeit Jetzt stell dich doch nicht so dumm an, Junge Alter Spalter Hä? Bücher? Ich hab noch nie was von Bücher in Minecraft gehört Das ist mir neue Feature Weisst du vorallem Ich sag noch Ich sing die ganze Zeit so'n scheiss Song Und er ähm Hält nicht so sich hin Vielleicht damit auch meine Kommt er noch dazu Nee 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 Er tut so als ob er's Denken würde Okay Yassi hat 24,25 mit OnlyDigl geschafft Und ist stolz auf sich Ist aber ne negative KT Aber OnlyDigl geht dann So schlecht ist es nicht Ne Es ist nicht schlecht aber Ich dachte nicht Ja irgendwie Vorusmann darf nie sagen dass was gut ist Weil sonst hören die Leute auf zu üben Okay Yassi du bist kacke Du kannst nix Im Herd Also eben Tobi Wenn du jetzt weiterhin so tust Als ob du's nicht wissen würdest Dann Dann banne ich dich eh gleich Weil Dann halt nicht so funny Ja genau Genau Dieses Buch ist von dir gezeichnet Meine Güte Stell dich doch nicht so dämlich an ey Als ob du nicht wüsstest was du in Bücher reinschreibst Vor allem wenn du in den Chat schreibst Ich hab ihren Buch aber wenn das jemand zu sehen bekommt dann werd ich gebannt Das hast du in den Chat geschrieben ich hab's gelesen Oh Gott ey Was glaubt ihr dass ich dir auf den Kopf gefallen bin Dass ich die Logs nie lese Dass ich niemals irgendwann auf meinem Server irgendwas guck während ihr das nicht wisst Oh Leute echt Du hast sogar zu Yassi gesagt Ich mein Ist doch klar Hm Okay Lassen wir das nicht bad nicht nachher Hast deine Chance leider verspielt Du meinst ja du musst ja einen auf ich weiß wann nix machen So wie gestern auch Aber der Soms hat dann wenigstens irgendwann zugegeben Der hat dann eingesehen Dass es schlauer ist wenn es zugibt Und mir wenigstens den Eindruck gibt Dass es ihm ernst ist Dass es zugibt Aber nee Dann halt nicht Tja Kann ich auch nix für Allhaupt nicht so funny So funny So funny Ich bin so funny wenn die Leute immer meinen ich bin ein Depp Immer Immer dieses Ich weiß von nix Was laberst du Äh Hab ich nicht gemacht Hab ich nicht gesehen Mein Account wurde gehackt Das war mein Bruder Das war meine Schwester Das war meine Omi Ohne Spaß ich Nee Den Kindergarten habe ich keine Lust Übrigens stehe ich hier oben immer noch unbewegt Ich stehe auch immer noch da Na guckt euch mal diesen Typen da an Der wird ja noch von seiner Von meiner Oma gehackt und auf der Gamescom verkloppt Halloween geschickt Verkloppt Ich will auch kloppen Oh 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 jetzt kommt jemand in meine Nähe Acht Sieh Sechs Fünf Vier Drei Zwei Einz duuuu Ach ist ja schon vorbei Ah Toi jetzt muss jetzt noch was machen Nee Ich muss nur dastehen und warten bis die nächste runde anfängt Wir gehen wieder auf den gleichen Server Ich hab ihm jetzt ein geheimnis wie bevor das ausgefunden Er ist seine Popel Waaaas Gleicher Server Okay Warte der ist voll Dann gehen wir auf den ganz linken Jetzt bin ich schon da drin Da war gar kein Platz. Einfach kein linker. Ganz links oben. Ja, du hast es geschafft. Toll gemacht, Silvan. Eskarriere doch nicht immer gleich. Mann, wo ist die Seine Popel? Wo ist die Seine Popel? Lecker. Lecker schmecker. Was ein großer Pop. Ja, so ein ordentlicher. Noch mit Haaren dreht. Bäh, 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 bäh. Oh, Silvan. Die Leute müssen ja kotzen und zugucken wegen dir. Polas ist Popel. Noch ein Grund, ihn auf der Gamescom zu verklopfen. Elowin, jetzt ist aber auch mal bei dir Schluss. Ich finde das nicht mehr lustig. Oh shit, ich habe den Sprung verkannt. Elowin ist seine Popel genauso. Ich habe es genau gesehen. Essen wir nicht alle mal gerne Popel? Wow. Man kann Burgscherf oder ein Flower Pot sein. Oder ich nehme einfach... Ne Melone. Weil ne Melone immer gut ist. Und die richtige Wahl. Und da shit. Da shit. Null. Es ist diese Map. Und ich bin eine Melone. Wie lange glaubst du, dass ich es schaffe, als Melone? 0,05678965342156... Ah nein, schuldigung. Schuldigung. 1,7895678910111234678911600. Wahl 56789,7,6,5,3,1,2,3,5,6,7... Nein. Plus dann. Halt einmal dein Laden. Dei lade, so tschalde. Wo ist bin, Norden? Ah, ah, ah. So. Ich habe den perfekten Spot. Wobei, vielleicht noch nicht ganz. Hier, hier ist der perfekte Spot. Hier, hier ist der perfekte Spot. I am Melon. Hehehe. I am Seeker. Ich, ich bin... Was macht der Seeker? Läuft der überhaupt rum? Sieht irgendjemand den Seeker? Basis an. Hi, das. Ist da draußen irgendwer? Ui, ui, ui. Ululul. Hallo? Warte mal. Da hinten ist auch eine Melone. Ich glaube, das ist ein Kumpel? Das ist bestimmt... Das ist bestimmt einer von mir. Ähm. He left. Wow. Sieker am Anfang ist eigentlich doch das Coolste. Keine Ahnung, warum die Leute das blöd finden, der erste Seeker zu sein. Aber hey, wir haben ja einen neuen. Los geht's, ihr Mongos, findet mich. Los. Ich will, dass ihr mich findet. Die Action ist irgendwie... Naja. Naja. Action ist vom Rampfen. Eher so... Bisschen nicht vorhanden. Oh, da ist ein Block. Oh, der kommt zu mir. Was ist da los? Abgedänzelt da draußen. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Wir warten wie die wartenden Männer. So wartend. Wie nur wartend. Ja, so warten wir. War das nicht schön? Absolut. Das schönste, was ich je gehört hab. Und wir warten. Wir warten. Rip in peace. Beste Witz. Toll. Jetzt hast du Elovin gesagt, dass ich Popel esse. Und jetzt disst er mich damit. Nicht witzig. Ich weiss, auf dem Einversteck, wo ich immer früher war. Warte, wo war das? Ne, ich glaube nicht, dass ich da bin. Ich muss es nur finden. Ne, ne, ne. Ja, ja. Ne, ne. Ich nehm keinen Rücksicht dann auf den Gewehr. Ich lasche ja noch eineinhalb Minuten. Was ist hier denn? Oh, da ist Silvan. Hä? Keine Ahnung, wo du bist. Du bist zwar witzig. Oh, ho, ho. Witzigste Mann auf der Welt. Wo bleibst du denn? Oh, oh, oh. Oh, oh. Hier oben ist es langweilig. Wisst ihr, was noch witzig ist? Witziger, als dass ich Popel esse? Jetzt erzähl. Elovin, so viel kann es da aber nicht geben, glaube ich. Oh, oh. Jetzt kommt jemand wirklich in meine Nähe. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin hier oben als Melone. Aber hier ist alles grün. Vielleicht deckt mich das. Vielleicht habe ich das wegen Glück. Ähm, vielleicht hätte ich dir das hier nicht sagen sollen. Naja. Du hast meinen Witz, Ruinias. Nein, Elovin, nein. Ich bin so böse. Böse, hallo, Silvan. Ich bin hier unten, warte, ich hüpf hier runter. Ich bin schon auf die falsche Seite gegangen. Ich war auf der anderen. Was, du warst wirklich hier? Ja, ich war tatsächlich da oben links. Ja, da war ich für, okay. Da in der Ecke. Da. Ich war immer auf der anderen Seite, aber da war ich jedes Mal, also immer, als, als, als als Flowerpot oben bist. Machen wir mal mit zweiter von Dings. Ja, immer als Flowerpot bist du oben so overpowered, weil du so klein bist und wenn du ganz nach hinten reingehst, dann sieht man dich gar nicht, weil du der kleine Flowerpot. Aber vielleicht war auch mein Glück, dass ich grün war und man mich deswegen noch viel schlechter gesehen hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es witzig. Folos, der böse Popel-essende Typ aus Internet, aus Internetausen, aus Internetzingen. Ah ja. Sind wir nicht alle ein bisschen Popel-esser? Folos ist ein Popel-esser, Folos ist seine Popel, Folos ist keine Popel, darum ist er ein Popel-esser. So. Danke, danke. Applaus an diesen Mann, an dieser Stelle. Ich mach, ich mach ein Album auf mit drei Sekunden Songs. Boah, wir gehen ab in den Parkour, Bro. Siehst du das? Hier übrigens einfach Sneak, ein Dauersneak. Ich weiss das. Hä? Enttötigung. Ich hatte anfangs Probleme und wollte dir nur helfen. Aber dann halt nicht. Oh nein, pick your block. I don't have time for the shield. I don't have time. Ah, okay, dann nehme ich halt. Was ist schon wieder die Map, oder was? слышst dieses Mal nämlich? Enchantment Table. das ist so hardcore polos mit seinem kleinen schnee del wutz schnee del wutz nanananana schnee pieme bist du schnee pieme ich bin schnee pieme ich glaube mona widerspricht mir da und sagt unbedingt nicht mehr goldman schnee goldman schnee del wänen schnee del wänen in haus das ist die schie du bist booboo mann guck vor uns jetzt ist es oben plötzlich violett geworden ja ja ich bin jetzt einfach da oben lass mich da rein ich bin hier so schlecht versteckt wie noch nie ich hab mich noch nie so schlecht versteckt gefühlt aber hey aber vielleicht ist das genau das was die menschheit schon immer gebraucht hat schnipi mann die menschheit schon immer das genital der superheld schnipi mann schnipi mann schnipi mann hallo an munke hi munke ich versteck mich gerade an de bestest spot auf de welt wie du sehen kannst ich bin 100% sicher ich habe mich noch nicht gesehen schnipi dort weh sag wie me sag wie was wo ist das was thanks für Schneepie Vorsicht, ich bin sehr spät Ja, ich auch Hoffentlich ist die Zeit schnell vorbei Sind nur noch 5 von 40 Minuten, warte 10 Sekunden Ja, sie muss nachher hier eine Epilepsie-Warnung machen, und zwar jetzt Nein, nein Bogen wir Hersteller vor, dass ich würde dich nicht finden, das Versteck ist zu OP Ja, ne? Alter, stell dir vor, hier steht ein Enchantment Table Niemand würde das je finden NIEMALS No way in hell No, no, no Ah, 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 ah Okay, okay Das werde ich... Das drehe ich dann langsam durch Hardest Hiding Schiesel Ever Okay Aha, aha, aha Aha, aha, aha Also Mona hat... was... Also Mona hat doch mal geschafft, nicht gefunden zu werden Obwohl sie einen Scheißvorsteck hatte Ich habe auch in der ersten Runde das geschafft Wie auch immer Keine Ahnung Oh! Oh mein Gott! Okay Mh 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 Oh Ehehehe Ehehehe Der Typ Der, der Typ Oh Ja, lenk ihn ab, lenk ihn ab! Mach's gut Haha, hoppa Oh 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 Ich bin highly afraid of... Seekers Da hinten ist ja ein Enchantment Table Ha! Ich bin nicht alleine Vielleicht Keine Ahnung Ahhhh Das ist die ganze Zeit neben mir Und wie läuft's denn da im Verstecksilvern? Blenden Alles gut Oh oh Jetzt werden es dann langsam fliebe Jetzt hab ich Angst Ahhhh 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 Stop hitting me! I'm not Ahhhh Eheheheh 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 Ok, dann bin ich mir in die nächste natürlich Sechs blaue Bots sind noch übrig Ja klar Ich sehe nichts Und die Lief ist auch noch ein Lief Such mal ein Lied Du hast doch ein Lied gesagt Ah, du hast ein Lied gesagt Achsoi Was? You retarded Oh! Oh! Ich hab ihn gefunden! Ein Blauer Bot! Und der ist glaube ich Du hast ein Blauer Bot! Oh! Oh! Ich hab ihn gefunden! Vorlast, ich hab jetzt grad eine sehr wichtige Studie erstellt in Minecraft Wenn ich den Kopf nach unten senke Dann ist mein Kopf nach unten gesenkt Oh, Halt dich dagegen Heheheheh Ich sag, ich sag nie Das ist die Sorge SILORN Muss ich kommen um dich zu holen? Nein! Ich sehe nichts! Ist gut so Ich sehe wirklich nichts Weil wenn du so einen hässlichen Wenn du keinen Fullblock hast, hast du so einen hässlichen Bock, wenn du nicht in der F5 bist. Und ich kann mich nicht wegnehmen. Und ich kann nur die Wand angucken, weil ich... Wo bist du? In deinem Penis. Steepi! Nein! Ihr Huren! Du warst genau auf der anderen Seite! Ich weiß! Ich kann, ey! Ich weiß, ich weiß, das ist so cool! So gut! Scheiße! Du warst fast bei mir. Nein! Ich war fast bei Yassi! Sollen wir was anderes spielen? Ja! 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 Wir können natürlich ins Lab! In das Laboratorium! Aber da waren doch bei High-plus-Kack-Spiele, die keiner gecheckt hat. Könnten auch CS gehen. Du hast gesagt, du hast auch das Spiel. Keiner gecheckt. Nee, Lab ist ja ein eigenes Spiel hier. Das ist nicht irgendwie... Testen vor Spielen, sondern... Ach, keine Ahnung! Coming soon. Wow, sie haben wieder zwei Coming soons. Weil sie ja doch weiß machen. Wir können von mir aus Herobrine spielen! Oder Block Party! Wir spielen ins Lab! Nee! Echt! Wir können Trouble in Mineville! Black! Block Party! Herobrine! Mir egal was spielen! Aber nicht... Nicht Lab! Okay, dann Death Run! Okay! Death Run! Weißt du, wer hat noch was das war? Ja, das gab's schon in CSS! Ach so! Wir nehmen auf der Linken... Also wir gehen auf jeden Fall mal auf die linke Seite! Oder? Ja! Ja, linke Seite! Warten wir mal! Das, was als erstes neu startet... Das... Geh mal rein! Da! Booting! Ja, genau! Booting da rein! Links unten, das zweite von links! Perfekt! Perfekt! Ah ja! Als ob Yassi das wüsst, wo wir hingehen! Warte vor, lass uns verstecken! Gibt's ja auf dem Part... Gut! Mungi ist für Block Party! Ehh! 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 Ich hör den Stream! Waaah! Alter! Ich hab gesehen, auf Twitch gibt's übrigens mittlerweile eine Funktion mit weniger Delay im Stream! Allerdings kann das, steht dran... Bei Leuten mit schlechtem Internet zu mehr Buffer führen! Deswegen hab ich mir gedacht... Neeee! Lass ich mal sein! Ich dachte mir im ersten Augenblick so... Geil! Endlich so wie auf Hitbox! Und dann aber so... Ach nee! Die Leute haben eh schon ein schlechtes Internet! Ich will's nicht noch mehr rausfordern! Neeee! Ja... Komm! Jetzt ist es halt so wie es ist! You know what it is! Black and yellow, black and yellow, black and yellow... Black and yellow, black and yellow... Aha! What the fuck! Wooooow! Es gibt Jesse, yo! He! Es ist mein Fida! Hallo! Ach, ich bin... Ich bin Töter! Du bist Töter? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, no! Ich war... Ich war noch nie in meinem Leben ein Töter! Ich hab keine Ahnung wie das funktioniert hier! Du hast die Knöpfe und du musst die drücken und alles andere ist egal! Oh Gott! Trabs will try and stop you! Most traps are controlled by the deaths! Points are earned at checkpoints! You get more points each checkpoint! Some blocks give you special abilities! Speed, jump boost, etc. Sing alive, you only have a few lives! Blablablabla! You gain more adversaries! Gut! Good luck! Game is starting soon! Wie soon! How about now? Hä? Manche Leute dürfen schon rennen! Das sind die Töter, du Depp! Oh! Oh, da wird das bisschen nur durch! Hab nix gesagt! Hab nix! Oh mein Gott, sind es Opfers! Oh mein Gott, was ist da los? Warum sterben die alle? Ich versteh' das nicht! Nyaaargh! Was ist denn los hier? Oh ja! Ja! Jo! Jo! Oh oh TNT! Oh lots of TNT! Hallo Silborn! Oh no oh no! No 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 no! Holy Mother! Was ist das hier? Die Orangenen sind glaub immer die, die kaputt gehen können, ne? Ich weiß gar nicht mehr! Ah! What have I done? Ich bin ein Dieb! Aber ich schaff das! Huppa! Oh shit! Oh shit! You got a fucker! Ahaha! Haah! Spass! Ich hab doch auf dich gewohntet! Ja, das denk ich mir! Nein! Oh! What the fuck! Was muss ich da denn machen, ey? Jetzt hab ich noch ein Leben! Muss ich das so machen, so und dann so, ah ja, oh, ich habe wieder Leben bekommen, ja. Oh, hier kann man auch cool hin und her strafen und was ist strafe back, oh, okay, das hätte ich mir vielleicht, ne, whatever, oh Gott. Ah, YOLO, oh mein Gott, was ist das hier, was ist das hier, wie episch und langweilig das war, absolut, nein, das sind Barrieren, Nose, okay, das spielen wir nicht mehr, komm, lass wirklich Block-Party spielen, wir haben schon ewig nimmer Block-Party, da rege ich mich immer so schön auf, also mit der linken Seite, und jetzt, ich muss das zuerst finden. Ja, ich war's ja schon. Alles wird gut. Schaffst du's? Ja, schon war er da. Du Mongo-Kind, links oben, links oben. Spam it. Spam ert. drained. Und ich habe gespannt. Ich muss da jetzt nur noch sein. Ich muss da noch rein, jetzt ist einfach episch. Verstehe kein Ton, wenn du so leise bist, du Mongo! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Oh ja. Warte. Warte. Was? Wo hat das bitte? Das war ein Pust. Nein! Jetzt sag! Boi hat schon 308 Spiele gespielt und nur 55 davon gewonnen. Faszinierend. Die Statistiken immer sind toll. Oh man. Ich muss nachher wieder auf 720p umstellen. Nur wegen CSGO. Auch wenn ich das nicht ganz verstehe. Ich weiß das nicht, das kommt von alleine. Nein. Oh Gott. Silvan. Duits. Syan! Wo ist es? Oh mein Gott! Was? Bisschen nochmal Kussi. Kussi Bussi. Nein geh weg! Ich geh! Ich mag dich nicht. Nicht mehr. Wo ist es? Was ist das hier? Hallo? Hallo! Ha! Du! 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 Ich mach's grad nicht. Was? Ich juckt's grad an deinem Penis. Das hab ich jetzt wirklich verstanden. An meiner Nase. Wie kannst du aus meiner Nase meinen Penis machen? Was? Ich guck's. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Mach's richtig. Jupp. 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 So ist gut. Ähm. Ähm. Ja. Hallo Yassi. Ich dich auch. Hä? Wo drüben ist ein Lila an das und es ist stehen geblieben. Oh, ich weiß nicht, was für ne Farbe! Hä, das ist doch nicht roh! Wo war denn roh? Wo war denn roh? Scheiße! Wurzat! Spasti! Hey, die Map ist manchmal so unfassioniert. Mit purer Absicht. Ich schwöre, ich schwöre ich, dass das so ist. Ich schwöre, ich schwöre! Ich schwöre, wir gehen mit der gleiche Lobby. Zack! Schon drinnen! Zack, und der Schniedelwurz ist draußen. Zack, der Schniedel ab! Wurzat sich beschnitten heißt das. Komm her, komm her! Nein! Komm her! Du kriegst was! Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Äh, 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 äh! Von Tobi war ein Kino, ist auf Hitbox gegangen. Dann hi! Auf Hitbox, hast du dich noch? Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! Es gibt keine Kommentare für dich, es gibt keine... Nein, 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 nein! Nein! Äh, äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! This month's special! Get a baby zombie for... Buying premium! Ja! Endlich! A baby zombie! Hör premium! Hör verdammt! Das wollte ich schon immer haben! Ziyan! 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 Ich überschne... Heute ist irgendwie... Hate this song! Wow! Welcher Song? Ist das nicht, Silvan? Das ist das gleiche, wie du draufstehst! Ich dachte anfangs tatsächlich, das wär's nicht. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Das ist jetzt nicht vorlos. Hä? Da steht irgendwie... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das wirklich? Glaubst du das? Äh, äh, äh... Ich... 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 Ich hab's gesehen! Scheiße! Dreck! 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 Ah! Aber zu spät gesehen! Zu spät! Aber Munge... Munge ist noch drin! Ich auch! Dieses... Du denn! Gewinn! Osteranschau! Ihr macht das! Schafft das! Fürs MTV Team! Abgesehen davon, dass Munge ist noch drin! Schäm dich! Schäm dich! Und hier sehen wir eine ganz spannende Runde und das warnt irgendwer so eine komische Karakau! Um sich zu retten! Ganz grandios! Aber D7... Mi schaffts nicht! Ah... Und jetzt! Spannend! Silvan... Es ist direkt hinter ihm gewesen, aber er hat's nicht gesehen! Jetzt ein One-on-One! Oh mein Gott! Diese Spannung ist kaum auszuhalten! Wir sehen Munge! Versus... Anderen Mensch! Der Daz... Verobars heißt! Verobars! Oh Jesus! Die Spannung steigt! Wie wollen wir das aushalten? Helles Grau! Oh! Da konnte sie sich gerade noch retten! Das war eine knappe Runde! Und die nächste folgt gleich! Ermagerd! Orange! Eine einfache Wahl für beide! Dieses Muster, muss man aber mal sagen, war sehr schön! Oh oh! Oh oh! Schafft Munge! Oh! Dieser knappe Sprung! Habt ihr das gesehen? Mein Gott! Unfassbar! Unfassbar! Und Schwarz! Leicht für beide! Easy going! Und eine lockere Runde! Doch was wird die nächste bringen? Wird sie die zerstörende Runde sein? Ja! Alles entscheidend! Aber vielleicht die nächste! Jetzt! Jetzt! Entscheidet sich alles? Nichts! Doch! Und noch eine! Eine geht noch! Eine geht noch! Oh mein Gott ey! Wie machen die das? Die ganze Zeit stehen hier richtig unglaublich! Vielleicht eine ewige... Oh nein! Welch Unglück! GG! Well played! Ach du Schande! Was ein knappes Ding! Da ein Schieb zum Schluss mehr das Glück als das Kill! Egal das trotzdem gutes Spiel! Das Kill! Das Kill! Wir mal links unten rein, da ist nur einer drin! Ich bin es nicht! Ich bin es nicht! Ich bin es nicht! So da bin ich! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich glaube Munger hat sich nicht geschafft! Ich scheiße! Da schau! Da schau! Der Pistar sagt Kiss me! Los, ich geh zu die chief. Ich halte deine Hand, ich halte sie. Nein! Baila, sie schaut doch unserer schwulen Party zu deiner schwulen Party. Du bist dabei gesehen. Ich höre da nicht dazu, nein, nein. Doch, doch. Ich seh mich, ich seh mich da nicht als Teil davon Ja Schmeiß Geht's ruhig Oh hier hab ich noch ein bisschen schwarze Hände Von Fett und Ölen und Dreck und Hier, wie du das mit Händen wasch Ja hab ich ja, aber sie ist ja am Arm Oh, Munge hat's doch noch geschafft Party Random Frauen Adidi Adidi Hallo übrigens an Adrian, sorry Ich hatte dich gar nicht gesehen My bad Entschuldige mich für die Masse Das ist unverzeihlich, ich weiß Ja, bleiben Sie Hallo Stefan Hi Hi Mh 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 schaffens immer so weit aber irgendwie zum schluss zum schluss reicht einfach nicht und jetzt geht wieder auf lack raus dünn bamm weg beide tot um beide Wachen zu uns zu nehmen Jupp was ist ein TIE Ihr Wäscher ist ein TIE Was spielen wir jetzt? Noch mal? Geht noch eine? Noch mal eine gleiche Lobby kommen Eine noch! Eine noch! Eine? Eine geht noch Okay eine geht noch Ich bin hier dann überzeugt Überzeugt Bin drin Folas Awesome! Ah shit Schon richtig schreit Die 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 Ahem 1-3 zu Party 1-3 zu Die Party dass ich das noch erlebt habe Wollen wir doch mal sehen. Leim. Leim. Spielborn, stell dich auf den Leim. Ich klebe fest, ich kann nicht mehr weg. Nen, nenn, nenn. Hör sie von. Einfach raus. Oh, da war Monge noch. Nein. Da ist es. Oh, enemy da und da lag da noch. Mantas, Mantas, ist am Hautarm oder so. Ich bin hier. Grun! Aus und raus und hier! Bei mir! Ah, jetzt ist Mantas, er schraubt. Führ, Führ! It's this. Believe me, it's this. Brown! Ah, ja. So muss das laufen. Herma Gersh! Das Grau ist jedes Mal ein Graus. Das war fast ostig wie schwarz. Hupaa! Oh nein, Yossi! I'm lucky. I'm lucky, lucky. Oh Gott! Boah! Fast auf dem Fall schon noch gestanden. Eieieiei. Hupaa! Gott, im Himmel. So Strecken man da zurücklegen muss, ey. Für so'n Schiert. Sehnisch! Das ist anstrengend. Hupaa! Uh! Drei Dancers noch. Huh! Huh! Oh, der 1337 ist mit mir an Bord! Schiert! Nein, schaff ich nicht! What?! Ich stand schon auf dem richtigen Scheiße! Nein! Uuuuuh! Uuuuuh! But in German, wie wollte ich schreiben? Kichorn! Ich glaube, ich muss das mal in Status, äh, warte mal. Ich schreib da mal Folas und Fire Rapture. Vielleicht suchen ja die Leute auch die Namen. Mann, man weiß das ja nicht. Viere Raptor und Folas 1337. Oh, jetzt hab ich zwei Leerzeugen. Iman! Ähm... Viertelstunde haben wir noch Silvan, komm. Ist du gut. Nein! Witz CS! Hier muss Black kommen. Oh je je. Ähm, gehen wir mal in Lobby 10. Splack 10. Das ist auf der linken Seite. Aber ich kann nicht connecten auf den Server. Ja, ist buggy. Die gehen nicht! Oh doch! Oh doch! Da bin ich auf Falsch! Ne, bin ich. Okay, der dritte von links, obere Reihe. In Splack auf Hive. Gut, Adrian schreibt gerade, unser Internet wird immer schlechter. Ich kann nicht mal deinen Stream so schauen, dass es nicht alle fünf Minuten laden muss. Ja. Ich schlag vor Hitbox. Wie immer. Wie immer, wenn's Internet schlecht ist. I suggest... Fuck! Nein, das war nicht... Was ich ihm rate. I suggest... Fuck! Nein, das war nicht... Was ich ihm rate. Hitbox... K-k-k-ticker! I'm a lucky bitch! Ach, macht das an? Bin ich dumm, oder was? Nein! Die... Ich bin so ein dreckige... So eine dreckige Werbungsschleuder. Vor allem, wenn wir auf Dings zocken. Auf. Auf five. Oder wenn wir Minecraftfern zacken. WTF, ich bin schon... What the hell! I'm possessed, I'm possessed, I'm possessed! Prostata! No! Ihr foon' an либо! Hope Ihr all die! Das geht gar nicht. . Wir machen keinen Schock. Taint, Taint. Hi Kingdude, hi Astrofart. Armageddon. What game mode is this? This is Splag. SP, L, E, W, G. Like Egg with SP from Splat. Oh god. Armageddon. Not Queef. Splag. Goddammit. Goddammit. Oh oh. Oh oh. Ziel wohnen. Bist du noch am Leben? No, ich lebe nur. Queef mode. What? No. Oh oh. Alter, irgendwer steht noch da ganz, ganz oben. Fuckin' Hackers. I'm telling ya. Er hackt doch. Oh, er ist runtergefallen. Vielleicht auch nicht so ein harter Hacker. Jeder nimmt einfach wieder hoch. So richtig mongoig. Bring den um, bring den um, bring den um. Bitte bring den um. Kill it with fire. Ich hasse diese Feder. Ich benutze die nicht. Die ist kacke. Oh god. Er-m-mer-g-e-r-d-n-o. Er-m-mer-gerd. Du fucking what? Mate? Haa! Hup! Ist er gestorben? What happened? Who's left? Oh oh. Stirb! Mensch! ein posse ist ein posse ist ein posse das wisst er sie ist wie ihr sie das wieder ewig ewig damit voll oh 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 what's going on es kommen wieder euren zurück geschossen oh matter whether or what i sich nicht ein das ist egal wo alter der war so knapp gerade losgelaufen der mensch ich war best shooter alte klappe du hast nichts erreicht hier das ist der beste shooter chief fire ich bin chief mhm k chef oh jesus noch mal gleiches ding dritte von links dritte von links das black ist einfach mein spiel war es schon immer war schon immer mein spiel ich hasse es ich hasse es ich hasse es ich hasse es i love it wieso schaff ich den bro stop stupid wieso schaff ich das denn nicht mehr ich hab das doch früher gekonnt streng dich mal an in deinem kopf du kann ich hier eigentlich report ich hab meinen usern name of hitbox vergessen also schau ich hier weiter auf 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 ich schieße nicht auf dich ich weiß nicht ob du auf mich schießt also schieße auf die anderen die manchmal halt bei dir rumhüpfen. Nein, Yossi! Was Yossi? Don't leave uns. Oh Gott. Don't leave uns. Much English, very grammar. Wow. Das ist unser Verteidigungs... I have angst. You have angry. I have very angst. Very big angst. Nein! No! Ich glaube, Bumg hat auf mich geschossen. Schäm dich. Schließt die Leute mal von den anderen kleinen Plattformen noch runter. Die haben Sau verdient. Bis auf mich. Ich bin der Gute. Ich gewinn für die Community. Yo, stirbt mal da drüben. Geh mir so Power up. Ich behalte mir mal dieses Power up, das ich gerade habe. Diese Schocken Gang. Weil die eigentlich ziemlich gut ist. Ah, ah, stop. Stop right there. Ah, Mensch. Mensch, hör auf, Mensch. Oh, das habe ich dir eigentlich schon mal jemals erzählt. An welchem Flieger ich gerade arbeite. Nicht, oder? Boeing 347. Keine Ahnung. Nee, an der... An der Amiri One. Ach, was, was auch immer sein soll. Das ist der Flieger vom Scheich von Katar. Kannst du vergleichen mit der Air Force One. Die sagt vielleicht mehr. Oh, well. Okay. String, String, Scham. Also, sie hat auch so Abwehrsysteme. Ich darf die Leute nicht sagen, was. Weil, schweige ich vielleicht und so. Die, die guten. Ja, die guten halt. Ähm. Und er hat ein riesen fettes Bett da drin. No, not bad. Seinem scheiss 340er. Und das auch. Also, ein ganzer Air Force nur für sich. Also, er hatte schon noch so ein Sitzungszimmer drin. Und noch so ein paar Stühle für seine Gefolgsleute. Und er hat dann so, die Held in der Mitte hatte so eine riesen Kabine. Die hat mich ihm gehört. Lull. Gönn sich halt mal was. Ja, und seine Frau hat ein eigenes Flugzeug. Ja. Also, eine seiner Frau. Ja, du glaubst sieben oder so. Wenn's umscheinen. Gluck. Okay. Ja, da unten ist das ja, ist das ja so. Ja, ja. Ich weiß schon. Vor allem als Scheich. Und dann hat er, glaubst du noch so zwei Militärtransporter nur für seine Autos. Also, damit ich die noch mitnehmen kann. Und dann hat er noch jedenfalls ein ganz kleines Flugzeug, so ein 310er, da gab's noch etwa fünf Stück. Und er hat eine eigene Flotte an Flugzeugen, nur für sich. Wow, cool. Ja, aber diese Scheiche sind irgendwie ein bisschen dümmer aus Strom, oder? Ja. Der Chef hat mir da mal erzählt, so, der hat so schlechte Empfang für seinen Fernseher. Der hat so geflockert und so. Nimm dir mal ein bisschen Bildfluss und er hat so einen gerufen. Der hat ihm dann so erklärt, ja, sie haben gerade schlechten Satellitenempfang. Er so, okay. Dann kaufen wir da einen. Ja, ja, das ist klar. Wenn du dir alles kaufen kannst. Ja, und dann musste der eben zuerst irgendwie so erklären, weißt du, du musst dir vorstellen, dein Chef, oder nicht irgendein Chef, sondern ein Chef, der dich halben Köpfen lassen kann, wenn der will. Ähm. Dann musst du es ihm erklären, dass man so ein Satelliten einfach kaufen kann. Ja. Stell ich mir nicht so angenehm vor. Nooooooo. Goddammit. Ich wurde, ich wurde. Hier runtergeholt, scheißegal. Ah, Gott. Eh. So. Acid Rain. I'm safe, I'm safe. Wo ist er, sie ist? Ich glaube, es ist eine Sie. So man, das in-game. Komm her. Get over here. Ich bin noch nicht böse. Ich will dir gar nichts Böses. Haurab spawned. Wo denn? Wo? Seh kann's. Oh, der Aim-Tobi is back. Hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. An Bord. Komm jetzt her da. Letzter Schuss und du wirst endlich durch. Oh. Leg das selber ein TNT hin. Und du warst. Oh Mann. Schöne Runde. You don't deserve it. Okay. Sorry. Wow. Da geht der Hate wieder ab. You don't deserve it. Piece of shit. Die Runde. Die Runde. Ähm. Eine Runde. Eine allerletzte. Aber nicht Splack. Lass uns. Was geht schnell. Draw. Seit wann haben die denn Drawed hier? Ja, schon länger. Okay. Ähm. 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 Keine Ahnung. Ne, lass uns CSGO spielen. Komm. Wurscht. Die 5 Minuten brauchen wir jetzt nicht in Minecraft investieren. Okay Leute. Wenn ihr jetzt dann keinen Bock mehr habt CSGO zuzuschauen. Kann ich das gut nachvollziehen. Falls ihr doch noch da bleiben wollt. Würde mich sehr freuen. Ähm. Man sieht sich dann gleich in CSGO. Ich beende ganz kurz den Stream. Und starte ihn dann nachher wieder. Ähm. Das heißt. Bleibt einfach da. Wartet einfach ab. Und für die, die auf YouTube zusehen. Sag ich schon mal ciao. Und wir sind raus. Bam. Bis zum nächsten Mal.